ja wer lustig ich habe das spiel schon gespielt ein paar mal und wird lustig das gibt es nicht oh mein gott ist das hektisch ich will ich die ganze zeit aus den augen ich bin ein bisschen weit entfernt ja die erste level hat ein bisschen in sich aber danach wird ja ich bin tot hier bist du nicht extra drauf kloppen ich habe keine mutige aber ich will ich bin so gut wie tot bist du noch überall leute ja so gesagt ungefähr bei mir aus ihr partner ist tot ich bin tot in der mitte irgendwo aber durch durch das grüß ich stand genau davor mit dem kopf und passt ein ich bin so weit weg weg von mir da war ich dort direkt hinter dir ich hatte ich liebe diese katzen jetzt kommt ja jetzt nicht dieses komische schwarze etwas ja da war es da tun wir mal bitte eingefallen und öffne so langsam wie möglich die türe ja ich mache ich mache und nein hm 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 werte ja habe ich mit raketenwerfer abgeschossen ja ich habe da nur so eine riesige explosion gesehen wenn ich auf unsere seite ja der ist auf unserer seite der hat friendly feuer an es wahnsinnig der typ hat der gott genau getroffen hat ja ja nein ich muss nachladen hat 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 das hat hat hier hat hat eure gerade mehr oder ist er doch so dass er noch so fast noch immer hier irgendwie hängig fall in der aufhebe animation ist okay bewegt sich grad bei mir ich schieße gerade okay ich glaube ich aber mir ist ein bisschen am lenken er läuft bei mir die ganze zeit da gegen der wand das war mir hier genau hier ist er bei mir sehen wir nicht aber wir müssen noch mal vom kontrollpunkt laden ich höre ihn ich habe schon wieder mein ganz eigenes abenteuer aber doch der steht wieder auf wir sollten einfach gehen wir gehen einfach kommen wir gehen einfach wenn der steht gerade ein bisschen weg also ja ja er war auch schon tot ich hab den wächter schlüssel der ging jetzt gerade so schnell hauen ja jetzt kommen wir nehmen wir nehmen einfach den schlüsseln und gehen nicht die wegkommt ich zum armein nein das war gar nichts ich sehe auch die karte immer mehr der gastgeber diese zu lassen nein das darf nicht wahr sein wenn meine pistole voll aufgebaut im schaden hat immer weg bleibt mal weg bleibt mal weg ein meter 50 abstand kannst du mal kurz hinkommen was gibt es denn kannst du mal da gucken was da passiert hier bin ich nur ich okay dann mein spiel glitsch darum aber das hat mich geprägt und gerade gestanden ja das hat mich geprägt ich habe das gut bekommen so ist ja gut ganz reinkommen und nein nicht schon weder manchmal das hier wie sind denn jetzt überhaupt vor dem weg habe ich noch mal frei gemacht oh da ist er ich bin auch hier da hat er auch bei mir ich gehe mal weg aber ich kann ja nicht weg wir sind zwei ja mein gott hat sie nicht ja doch nein nein ja noch mal im weg gekommen oh mein gott kommst du in der wo kommen sie her bist du habe ich meine eigenen kollegen und dann kriegt er dich ja ist da und alles klar warte ich lade nach ich komme auch wieder in die mitte aber warte da kommt mehr ich kann die kürze überspringen ist auch viel besser lade nach was ich dachte aber noch nicht tot der war tot ich habe es genau gesehen das zählte nicht das kommt nicht ins best of 3 das zählte nicht die bedeckung ist es ist da und außer er ist nicht so schon ein ding gedreht jetzt steht auf steht dann auf wenn man am rad dreht gerade nach ok jetzt am rat das ist mein plan aber wenn ich auf nahe nehmen ok ich stehe wieder auf die mine ist getriggert aber der ist nicht aufgestanden das gibt es doch nicht ok wir haben wir haben ein check und jetzt ist aber auch wirklich tot jetzt einfach nicht warte ich glaube ich habe ich habe noch ein rotes kraut gesehen aber moment das scheiße die wollte gar nicht das mg doch wir haben wir zu spät gelebt ach ich muss darunter da steht schon da steht schon da gab wenn die jetzt hier runterkommt die mache ich meine ich sehe ich sehe halt deine sicht nicht der stand da schon kampfbereit um mehr ecke aber war ich noch nicht runter gesprungen hat er sich noch nicht bewegt deswegen wahrscheinlich gewartet bis ich runter komme und dort haben ich hätte ich jetzt einfach aus reflex mitgenommen mehr gold das ist klar hast du die taste verkackt mein gott wissen wir ja schon wieder was mit ihm schon wieder los geht es nicht gut wenn ihr vorbeikommen die mache ich fertig die schnappen aber ich gehe mal ein bisschen zurück wollen 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 wir ihn so lassen lassen warum sagen ja ja ich war wohl die gerade gerade von ob sie das highlight sein wollen beim best of ich komme auch nicht an die schronflitten munition ran ja 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 ich hatte meine händen nicht mal an der tastatur ich komme nicht ich kann mir nicht willst du bitte loslassen kennst du das wenn irgendwie typen versuchen irgendwie so mädchen anzubaggern und und so die hände so an die schulter an die wand lehnen so hey baby ich komme hier nicht raus okay so wir haben eine strategie herausgefunden die strategie ist der ja na wie geht es so ja warum macht ihr denn hier drin ja 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 so verleid ja 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 ich bin gerade beschäftigt das vorhin zu treten wenn wir da in der mitte ja 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 bitte schön immer schön auf die brust fassen das sieht sehr falsch aus von meiner es tut mir leid hat sie noch mal fest nein wirst du nicht ich habe löst heimengarde so geht es nicht gut das werde ich nicht essen und auch nicht zubereiten auf der tastatur ich bin die ganze kanal nirgendwo nein heute gehen wir zurück das ist mal gucken wo der kanadentyp ist er trifft uns die ganze das war ein raketenwerfer das war eine granate ja wo ist ich weiß es ist mir ziemlich sicher kommt ja im doppelpark er wollte mich doch verarschen und dann kommen noch mehr leute aber gut aber der hat seinen eigenen kollegen ja abgeballert jetzt neben der da bist du aber wird geschockt ich kann die gut treffen von dir aus ja aber die kann mich auch treffen wir sind hier unten verlaufen ja was du drauf hast du es gab direkt ins gesicht geschossen mein seiner nähe nein ich steile ich stehe ausgewickelt ist ja ich glaube damit den auf die drauf schießen kannst du bleiben lassen dafür nicht so viel aber ich glaube auch nicht ich mach mal die lichter aus ja ich glaube das ist auch konnte gar nichts machen er hat mich einfach getötet einfach zwei schläge geben das heißt mal mit einem sniper gewährten daneben fänger weg von dem hebel kollege wo bist du warte es sieht mich nein nein das ist dann neben geschaffen das gibt es da jetzt nicht da habe ich betont das gibt es nicht nein das ist die ganze zeit ausgewichen das hat gesehen nein ich bin sowas von tot stein verbrügelt die raus ja mehr ganz ja das fahrer die 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 vier ne so Oh, diese Szene ist nicht so cool! One-Shot-Weapons Yeah! Piu! Nö, Fraser! Es ist geil! Es sah aus, als ob sie beide daneben gingen. Ja. Ganz ehrlich, ich wollte erst nicht drücken. Das ist dein Herz, oder? Wo ich meine, wir hatten gerade einen Kontrollpunkt, nachdem wir ihn erlebt hatten. Ich war mir nicht sicher, ich hätte keinen Bock auf den Kampf, um den Kampf nochmal zu machen. Ja. Hey, die Superbrüder waren wieder mal erfolgreich. Ja. Sie haben wieder einmal die Welt gerettet. Unser Ausflug in Afrika ist zu Ende. Jetzt sind wir hier im Ending vom Jurassic Park, mit dem Flugzeug wegfliegen. Ich frage mich immer, ob das alles wert war. Für eine Zukunft ohne Angst. Ja. Das ist es wert. Gut gesagt, Chris. Gut gesagt. Ja, ist ein einfacher Mann. Ja. Hey, wir fliegen in den Sonnenuntergang, oder in den Sonnenaufgang. Keine Ahnung. Ja, Zvenja. Wenn ja. Wenn ja. Oh, sie pennen ja. Dann wächst sie doch mal. Und das war's. So, Schatztruhe. Das bestimmt Zeugs drin. Ja. Äh, warte mal. Dann muss ich dich wieder nach oben schicken und du musst wieder an der Kurbel drehen. Ja. Warte hier. Hier ist die Kurbel. Oh, hast du? Achso. 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 Schüssel drin. Und jetzt bist du gefangen. Auf Wiedersehen, Master. Okay. Du bist du dich bitte rausholen. Oh, ich habe irgendwie rückblenden. Ich habe irgendwie. Äh, Granate bitte. Was dann? Achso. x2 Mal hinsam, fertig. Richtig. Nein, ich habe die ins Wasser geworfen. Warum? Jetzt Wasser geworfen. Oh nein. Ich bin so tot. Hilfe. Hilfe! Oh, ich habe noch vorgedrückt. Ich komme sofort. Alter. nur ein der kam einfach aus der wand ich war da hoch und hoch ich komme ja kommt bitte wieder runter machen wir erst den fertig ich schieße auf den der hinterlässt aber so ein komisches gift dass ich nicht gut für meine gesundheit habe ich voll ausgetrickst ja das wäre das ausgeholt so ich werde die schlagen als vorbeigelaufen wollte hat er mich gegräbt ja noch mal da ist auch schon wieder noch mal platt aber ich habe ich gegen die wand der wieso so volle möhre in den magen geschlagen konnte mich kaum bewegen da habe ich drei mal am stück hier begraut so einfach machen kann es hier machen kann es einfach nur warten bis irgendwie auf wenn es zukommt scheiße aber ich treffe dann nach immer warum bin ich da jetzt die prügel einsteckt ich war die ganze zeit auf mich zustimmen ich bin die ganze zeit jetzt bereit hätte keine angst bist du schaffst hat schon läuft bei dir vielleicht hat er auch nicht so strömt springt dann musst du dich anschießen dann macht er das ok aber was müssen wir denn machen ich weiß es einfach nicht ich nehme an dass das einzige wie bei denen irgendwie geht so schnell weg ja eben gehörten die andere an das benzerne das benzerne das benzerne es gab warum bist du so schlimm da bist du schon besiegt was gab das schon genug ins gericht ich kann mich erholen ich habe mich geschlagen hatte ich kommen ich muss sagen ich werde den westkampf schwieriger als den ersten aber ja ich glaube es vorbei ist vorbei ich glaube ja ja ich bin schon ich fand ich kann witzig ich gar nicht mal so sehr ich habe nur auf die fresse er besucht in den wagen geboxt die katzen fängt wie genauso ein wieder gerade passiert wird zwar stark was gab aber kannst du auch fliegen ich möchte die ganze zeit um die tübe mir gemacht irgendwie habe ich gerade gar nichts irgendwie gesupplex josh war irgendwie pro wrestler super ex ja er ist im container und er kommt da nicht runter nach oben ich habe als kühlschrank von gemacht kann ich dir darüber schicken ja ich sehe denn ich denke der versuch gerade da unser kitz zu klettern ja zwei das noch einer drinnen ja und darum ist noch einer das doch was sagt ihr left for dead ich muss dir aufhelfen in forderung wie der kippe unterfällt nein das habe ich ein screenshot gemacht verzierte auf uns ja ich bin auch am hängen konnte nichts drücken ich konnte bei mir drücken ich konnte nichts machen das war wahrscheinlich schon tot war es nicht schon nicht schon wieder jetzt naja warte mal doch dir mal hier hin vielleicht kann der tor für uns aufmachen steht hier drauf alter das war mir einfach umgefallen ja weil ich auch getroffen wurde die märte gar nicht geschossen nein ich glaube knapp nicht wäre auch irgendwie zu einfach immer weiter geht immer weiter geht hier gibt es nicht zu sehen kommt 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 ja 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 wir müssen sich von vorn anfangen ich habe schon ein bisschen mit dem sniper bearbeitet er steht auf der steht wieder auf sie steht auf der steht auch hat du hast getroffen ja du hast im sterbe du hast eine sterbe animation dann erst die hilfe jetzt nicht schlecht ja wir sind zu viele leute ich habe keine pistole mit so ein bisschen mit so mit so mit so ein bisschen typ rechts 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 das steht so was man wieder auf wieso war ich sofort tot ich weiß es nicht wenn er jetzt nicht gleich hier ist es dann habe ich immer aufzubauen das ist jetzt nicht wahr hat sich wieder erhöht ja überall bovs rumfliegen in der tiki jetzt nämlich kommt es oh my god all nine Oh Ich werde lang ist aber echt wütend aber ich werde kentensäge der kommt da rausgesprungen er kommt von unten so stellen wir ihn auf einmal mit einschlagen ich weiß es nicht warum 30 sekunden jetzt haben wir schon wieder der gleichen situation ich glaube ich glaube nicht durch einfach laufen einfach laufen aus dem alter ich habe keine moni super geschafft ich hoffe mal ja wenn ich dann bitte ein kontrollpunkt wenigstens sie können jetzt schon eine verzweifelte flucht anwählen können jetzt josh unter dem menü ansehen sie können jetzt eine verzeihung zu flucht im großprofi spiel nein danke zur hölle nein das machen wir nicht ich bin gerade um 1000 jahre gealter wie lange ging jetzt hat das mal gucken das waren jetzt eine stunde 59 minuten also knapp zwei stunden ja also werde ich zwei einstimmige parts daraus machen oh mein gott na gut aber was das war's das was mit resident evil 5 ihr habt gesehen war was wir jetzt geleistet haben ein wunderbares projekt hast du doch irgendwas zu sagen ich nicht nenne ich sage haußer dass das jetzt sie gerade einfach mal der größte stress aller zeiten war dagegen ist ja der profi muss in resident evil 4 ja gar nicht muss mein profi muss in resident evil 5 machen es allein ich mache es nicht mit ich habe schon gemacht habe ich die letzte woche ausgetobt ich mache das nicht mehr mit das was ich bin bettbar hier war es da und ich bin dann die op und wir sagen tschüss bei bei deswegen nennt man dann eine verzweifelte flucht ich war wirklich verzweifelt ab und if bei